»Woher habt ihr die Schlüssel zu unserem Gartenhaus?«, fragte die Frau schüchtern, als sie die Verwandten ihres Mannes auf ihrem Grundstück sah. »Sie können sich gar nicht vorstellen, welchen Nutzen man aus einem kleinen Schrebergarten ziehen kann,« rief die Nachbarin enthusiastisch, mit der Hannah schon seit einer Stunde im Bus saß, der sie beide zu ihren Gärten brachte. Die junge Frau bereute es bereits hundertmal, dass sie nicht gewartet hatte, bis ihr Auto aus der Werkstatt kam. Eine Fahrt im eigenen klimatisierten Wagen unterschied sich doch erheblich von einer Fahrt im Überlandbus, wo die Klimaanlage aus einem offenen Fenster und einer Dachluke bestand. Doch weder die Fahrt im öffentlichen Verkehrsmittel noch das lange Gespräch mit der langweiligen Nachbarin konnten sie so schockieren wie der Anblick, der sich ihr bot, als sie das Gartentor öffnete. Hannah war von Kind an ein aktives und geschäftstüchtiges Mädchen gewesen. Sogar ihre Lehrer bemerkten ihr Talent, Ideen in Geschäftsprojekte zu verwandeln. Ihr erstes Geschäft hatte sie mit 13 auf die Beine gestellt. Zusammen mit ihren Freundinnen führte sie gegen eine bescheidene Gebühr die Hunde der Nachbarn aus. Manchmal baten Junge, erschöpfte Mütter die bekannten Teenager auch, gegen eine kleine Vergütung mit ihren Kindern spazieren zu gehen. Einen Kinderwagen zu schieben war sogar einfacher, als mit einem riesigen Hund durch die Gegend zu rennen, der hinter jeder Straßenkatze herjagte. Kaum hatte sie die Schule beendet, beschloss sie, sich für ein Fernstudium an der Universität einzuschreiben und erlernte gleichzeitig die Berufe der Friseurin, Nadeldesignerin und Augenbrauenstylistin. Die ersten paar Jahre mietete sie einen Arbeitsplatz in fremden Salons. Dann konnte sie ihren eigenen eröffnen. Außerdem gelang es ihr, sogar ihre Fähigkeit, gut zu nähen und Kleidung zu entwerfen, zu monetarisieren. Sie fertigte auf Bestellung Schnittmuster für Näherinnen an. Bald gelang es ihr, eine kleine Summe zu sparen und eine Einzimmerwohnung zu kaufen. Neben der Wohnung besaß Hannah noch anderes Eigentum. Sie hatte von ihrer Großmutter ein kleines Gartengrundstück mit einem soliden Häuschen geerbt. Zeit zum Arbeiten und Gurkenzüchten hatte sie nicht, aber für gelegentliche Erholung für Körper und Seele war es perfekt geeignet. Sobald sie eine freie Minute hatte, eilte sie zum Gartenhaus, um Renovierungsarbeiten durchzuführen. Während einer dieser Fahrten half ihr ein Mitfahrer im Bus, die schweren Farbeimer, Pinsel und andere Utensilien zum Gartenhaus zu tragen. Meine Dame, wie können Sie sich nur so wenig schonen? So zarte Wesen sollten nicht alleine solch schmutzige Arbeit verrichten. Was bleibt mir übrig, wenn sonst niemand helfen kann? Jeder möchte sich erholen. Für einen schönen Urlaub am Meer habe ich noch nicht genug gespart, und eine Renovierungsfirma zu beauftragen, kann ich mir auch noch nicht leisten. Also bleibt nur, jedes Wochenende hierher zu hetzen, um das nächste abgeblätterte Holzstück zu streichen. Und meine Wochenenden sind unregelmäßig. So schreitet meine Renovierung im Tempo einer gelähmten Schildkröte voran. So, da bin ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Hanna schenkte dem jungen Mann ein strahlendes Lächeln und verschwand hinter dem Gartentor. Keine zwei Stunden später klopfte derselbe Mitfahrer ans Tor, in der einen Hand eine Leiter, in der anderen einen Werkzeugkasten. Entschuldigung. Ich dachte, Sie könnten meine Hilfe gebrauchen. Die Nachbarin bat mich, ihre Setzlinge zu gießen, ich hatte sowieso Zeit. Der letzte Bus in die Stadt ist schon weg. Statt herumzusitzen, dachte ich, ich helfe Ihnen. Thomas verschwieg, dass er den Bus absichtlich verpasst hatte und früher nicht gekommen war, weil er fürchtete, abgewiesen zu werden. Das Mädchen erschien ihm sehr eigenwillig. Nun, wenn Sie wirklich nichts Besseres zu tun haben, gerne. Ich bin übrigens Hanna. Und ich bin Thomas. Freut mich. Also, zeigen Sie mir Ihre abgeblätterten Holzstellen, die gestrichen werden müssen. In den nächsten Stunden schaffte Thomas es, alle alten gestrichenen Oberflächen mit einer Drahtbürste zu bearbeiten, sie zu reinigen und für den Anstrich vorzubereiten. Die letzten Stellen strich er schon bei Laternenlicht. Aber er war zufrieden, denn er hatte geschafft, was das Mädchen bis Mitte Sommer gebraucht hätte. Thomas, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Kommen Sie, ich lade Sie auf Tee und Kuchen ein. Ich sage gleich, selbst backen kann ich nicht, aber diese sind sehr lecker. Während des herzlichen Gesprächs stellte sich heraus, dass die jungen Leute viel gemeinsam hatten. Thomas hatte auch schon früh gearbeitet, seiner Mutter und jüngeren Schwester geholfen und früh gelernt, selbstständig zu sein. Im Gespräch bemerkte er wehmütig, dass er wohl zu viel an einem Tag erledigt hatte. Auf den fragenden Blick in Ihren Augen erwiderte er. Sie werden jetzt lange nicht wiederkommen. Das heißt, ich werde Sie lange nicht sehen. Vielleicht würden Sie sich mit mir in der Stadt treffen? Wann haben Sie Zeit? Ich kann auch warten. Der junge Mann sprach so aufrichtig und leidenschaftlich, dass das Mädchen einwilligte, Nummern auszutauschen. Bisher hatte Hannah nicht nach einem Privatleben gestrebt. Ihr erschien es wichtiger, sich beruflich zu verwirklichen und im Leben etwas zu erreichen. Sie dachte sich, einen Mann zu finden und Kinder zu bekommen sei einfacher, als Karriere zu machen und eigenes Wohneigentum zu erwerben. Mit fast 30 hatte sie schließlich fast alles erreicht, wovon sie geträumt hatte. Jetzt konnte sie auch über ihr Privatleben nachdenken. Die jungen Leute erkannten schnell, dass sie den richtigen Menschen gefunden hatten. Sie beschlossen, nicht zu zögern und zusammenzuziehen. Ein Jahr später reichten sie ihre Papiere beim Standesamt ein und schafften es bis zur Hochzeit noch, in eine größere Wohnung umzuziehen. Keiner von ihnen kam auf die Idee zu diskutieren, wem die Wohnung nun gehören würde. Da Hannah den größeren Betrag investiert hatte, wurde sie die Eigentümerin der neuen Wohnung, in die das Paar bereits als Eheleute einzog. Erst nach der bescheidenen Hochzeit wagte Thomas es, Hannah seiner Mutter und Schwester vorzustellen. Ich warne dich gleich, meine Mutter ist etwas hochnäsig. Ihre Großmutter stammte aus einer Adelsfamilie, die nach der Revolution verarmte. Aber das blaue Blut lässt ihr keine Ruhe. Achte nicht auf sie. Meine Schwester hat sich das auch von Mutter abgeschaut, will weder arbeiten noch lernen. Danke für die Warnung. Es scheint, als wärst du der Einzige in deiner Familie, der für Vernunft und Normalität steht. Hoffentlich nicht, lachte der Mann. Am Abend bestellte Hannah erlesene Gerichte vom Restaurant, deckte den Tisch schön ein und wartete auf die Verwandten ihres Mannes. Die Damen erschienen mit einer halben Stunde Verspätung und einer Miene, als kämen sie gerade vom Empfang im Buckingham Palace. Mein Gott, was für ein schrecklicher Flur. Wer ist der Designer dieses Grauens? Wie kann man ein Haus so geschmacklos einrichten? Das ist ja völlig unmöglich, sagte die Dame beim Betreten des Wohnzimmers, wo der gedeckte Tisch wartete. Mama, Viktoria, das ist meine Frau Hannah. Hannah, das ist meine Mutter, Isabella von Grafenstein und meine Schwester Viktoria. Guten Abend, sagte Hannah lächelnd. Worauf Mutter und Schwester des Mannes nur verächtlich die Lippen zusammenpressten. Den ganzen Abend sprachen sie kaum, rührten das Essen kaum an, und als Hannah den Raum verließ, erklärten sie offen, dass sie solche Speisen nicht gewohnt seien. Auch die Tischdekoration entspräche nicht ihrem Status. Thomas' Frau gefiel den Verwandten nicht, da sie keine Spur von Abstammung oder Adel aufwies. Thomas' Versuche, Hannah zu verteidigen und ihr Geschäftstalent zu loben, verschlimmerten die Situation nur. Behalte deine Kleinbürgerin. Ich habe nicht vor, mit ihr zu verkehren. Hoffentlich war das der letzte Besuch. Am Montag vergiss nicht, Geld für unseren Unterhalt zu schicken. Hannah gefiel die Art und Weise gar nicht, wie die Verwandten ihres Mannes sie behandelten, aber sie beschloss, nicht zu streiten, sondern sie einfach aus ihrem Leben auszuschließen. Zum Glück heiratete Viktoria bald einen wohlhabenden Mann, und die ehrenvolle Bürde des Mutterunterhalts wurde auf ihn übertragen. Fast fünf Jahre vergingen. Hannah konnte ihr Geschäft zu einer Salonkette erweitern. Ihr Mann eröffnete eine Autoergstatt, die in der ganzen Stadt für ihre Qualitätsarbeit bekannt war. In der Familie wuchsen Zwillingstöchter heran, und man konnte das Leben als absolut glücklich bezeichnen. Mit der Ankunft der Kinder beschloss Hannah, ihren Drang, das ganze Geld der Welt zu verdienen, etwas zu zügeln. Sie wollte mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und für gemeinsame Erholung eignete sich der Garten am besten. Nach einer modernen Renovierung fuhr die ganze Familie jedes Wochenende aufs Land, um sich von der Stadthetze zu erholen und frische Luft zu atmen. In den letzten Wochen baten Thomas Mutter und Schwester zunehmend darum, den Garten nutzen zu dürfen. Viktoria sah ihren Mann kaum noch, da er geschäftlich im Ausland unterwegs war. Das Mädchen langweilte sich zu Hause entsetzlich, hing ständig bei der Mutter herum und beschloss, ihnen einen komfortablen Urlaub zu organisieren. Viktoria und Isabella begannen, zu Hannas Gartenhaus zu fahren und die ganze Woche dort zu leben, räumten das Haus nur an den Wochenenden, um nicht mit der Proletarierin Hannah und ihren Sprösslingen zusammenzutreffen. Jedes Mal hinterließen die Damen ein schreckliches Chaos, das Thomas und Hannah aufräumen mussten. Letztendlich wurde die Erholung um einen halben Tag verschoben und brachte nicht mehr das gewünschte Vergnügen. Thomas, dagegen muss man etwas unternehmen. Ich kann das nicht mehr. Deine Schwester und Mutter sind unmögliche Schlampen. Ich bin es leid, nach Ihnen Haus und Grundstück in Ordnung zu bringen. Ich habe Ihnen erlaubt, hier zu wohnen, aber meine Geduld ist am Ende. Nimm Ihnen die Schlüssel ab, ich erlaube Ihnen nicht mehr, hier zu wohnen. Wenn Sie Erholung auf dem Land wollen, sollen Sie sich Ihr eigenes Gartenhaus kaufen. Oder besser, einen Palast, der Ihrem Status besser entspricht. Und Dienstpersonal, das nach Ihnen aufräumt, denn ich werde das nicht mehr tun. Thomas stimmte zu und fuhr gleich am nächsten Tag zur Mutter, um die Schlüssel abzuholen. Die Reaktion der Frauen war vorhersehbar. Wie wagt es dieser Straßenköter, uns etwas zu verbieten? Du bist der Herr im Haus, also haben wir das Recht, dort zu leben, solange wir wollen und uns so zu verhalten, wie wir wollen. Sie hat uns gar nichts zu sagen. Da irrt ihr euch. Es ist ihr Haus, also entscheidet sie, wer dort wohnt. Und auch mir reicht es, das Chaos aufzuräumen, das ihr hinterlasst. Ich bin froh, dass Hannah es nicht mehr aushält und euch verboten hat zu kommen. Wenn sie es nicht getan hätte, hätte ich euch selbst die Schlüssel abgenommen. Kaum hatten Hannah und ihr Mann sich gefreut, da hatten seine Verwandten schon einen Racheplan ausgeheckt. Noch beim letzten Besuch hatte Hannah bemerkt, dass im Häuschen einiges an Geschirr und Haushaltschemie fehlte. Sie beschloss, mitten in der Woche zum Gartenhaus zu fahren und alles Nötige hinzubringen, damit sie am Wochenende nicht mehr daran denken musste. Wie es der Teufel wollte, ging morgens das Auto kaputt, sie musste mit dem Bus fahren. Die Frau überlegte schon, die Einkäufe erst am Wochenende zu bringen, aber ein seltsames Vorgefühl zwang sie, am ursprünglichen Plan festzuhalten. Nach der mühsamen Fahrt und dem ebenso langen Gespräch mit der Gartennachbarin, die Hannah erst kurz vor ihrem Gartentor verließ, betrat die Frau ihr Grundstück, konnte es aber nicht wiedererkennen. Was aus ihrem gepflegten Garten geworden war, ließ sich kaum in Worte fassen. Der Pool war voller Müll, im schmutzigen Wasser schwammen Reste von Tüten und Papier. Alle Beete waren verwüstet, Blumen und Sträucher über das ganze Grundstück verstreut. Die schönen Laternen, die überall aufgehängt waren, waren zerschlagen und aus ihrer Verankerung gerissen. Die Fenster des Häuschens waren eingeschlagen, als hätte sich eine Horde Jungen mit Schleudern ausgetobt. Das Haus zu betreten war beängstigend, da das Türschloss herausgerissen war, was bedeutete, dass auch innen Zerstörungen warteten. Hannah beschloss, ihren Mann anzurufen und ihn zu bitten zu kommen. Alleine konnte sie diesen Schock nicht verkraften. Thomas verlor ebenfalls fast die Sprache, als er zu Hannah kam, die immer noch inmitten des verwüsteten Grundstücks stand. Als seine Frau anrief und mit gedrückter Stimme bat zu kommen, ließ er alles stehen und liegen und eilte binnen Minuten zum Gartenhaus. Beide ahnten, wer so etwas angerichtet haben könnte, aber ohne Beweise wäre es dumm gewesen, Anschuldigungen zu erheben. Es blieb nur, sich über die kleinliche Rachsucht der Damen zu wundern. Thomas brach den Kontakt zu seinen Verwandten ab, da keine von ihnen sich zu einer Entschuldigung oder Reue herabließ. Untertitelung des ZDF für funk, 2017